Hapberry, Hapberry, das habe ich gerne. Es gibt... Nigel. Was heißt Nigel? Ja, Nigel sind einfach... Die Leute, die... Kleine, kleine Kinder. Kleine Kinder. Soll Nigel? Schaudern ist, wenn es einem so gefriert. Parissau ist der Regenschirr. Der neuesten ist der Schnuppe. Kein... Kein einziges. Ich bin schon... Ich checke nicht einmal... Was bedeutet die... Verstehst du auf dieser Liste irgendein Wort? Nein. Hap... Hapberry. Hapberry? Was heißt das? C'est des Patates? Yes! Hapberry? Hapberry? Hapberry. Also grüppeln würde ich sagen. Grüppeln ist, wenn man müde ist. Zum Beispiel bei der Kölbe. Da muss man sich ein bisschen entspannen. Gehe die Knie. Das ist sehr gut. Oh nein, kann man die Knie entspannen, dann kann man mir gerade stehen. Glunte! Glunte! Das hat... Es hat viele Glunte hier. Das hat... Es hat viele Glunte hier. 5... Spanied.